Wenn du kläbst, geht's los. Probier was noch. Okay, okay. Okay, geht's schon. Hello, big boys and girls. Willkommen mal wieder beim big boys podcast. Heute bei einem ganz spannenden Scene-Review, die Mrs. Rage, Mrs. Rage, sorry, mit bürgerlichen Namen Frau Julia Kreuzer. Cool, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Fangen wir gleich mal an. Du streamst seit 2012, 2013. Sowas, ja. Also ich glaube, ich habe jetzt mein achtjähriges Jubiläum. Ja, cool. Du hast mit League of Legends begonnen, glaube ich. Und seit 2012, 2013, welche Games sind so durch dein Streaming-Repertoire durchgegangen, außer CSGO? Ach, alles eigentlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe ganz vorher, wo ich angefangen habe zu spielen, eigentlich viel mit World of Warcraft angefangen. Das heißt, MMO ist es eigentlich so, wo ich herkomme. Und dann habe ich halt, wie gesagt, so ein bisschen meinen großen Zeh in League of Legends, also in MOBAs reingetaucht. Von da dann weiter habe ich mich ganz, ganz stark verliebt in FPS-Games. Das heißt, so wie du gerade schon gesagt hast, Counter-Strike ganz viel gespielt. Variety zwischendurch natürlich auch. Und mittlerweile bin ich bei Valorant gelandet, was neues FPS ist von Riot. Also auch von den Machern von League of Legends, die haben halt quasi jetzt ein FPS-Game gemacht. Cool. Spielst du Warzone auch? Na, gar nicht. Also ich muss sagen, Call of Duty, ich habe zwar ein bisschen probiert, wo das BR, also das BR-Game halt rausgekommen ist, aber es nützt so wirklich mein Cup of Tea. Okay, ja. Ihr Peters-Ding, da sinken jeden Tag ein paar Stunden rein. Na, also ich verstehe es total. Also ich habe es auch gespielt, wo es rausgekommen ist. Aber ich muss sagen, für mich, was mich nervt, ist so dieses RNG. Also bei Counter-Strike Valorant, wisst ihr, alle haben das gleiche Geld. Also das ist halt einfach skill-based. Und bei jedem VR-Game ist es für mich halt einfach so, okay, hast du jetzt Glück, dass du irgendwo landest, wo du einen guten Loot bekommst oder wo 15.000 Leute auf einmal landen und so weiter. Und deshalb, das ist halt das für mich, was den Spaß wegnimmt, weil ich bin halt das ja Competitive Person. Und wenn das dann irgendwie nicht fair ist, da wäre ich sehr, sehr sauer. Also deshalb könnte ich sowas leider nicht wirklich machen. Ja, ja. Nein, Orange Jesus regiert. Das ist definitiv. Genau. Das ist wirklich so. Praise the Lord. Damals, wie du begonnen hast, war die Streaming-Landschaft der noch nicht so übersättigt, wie heute. Und heutzutage ist es ja immer, also wird es immer schwieriger, als Screamer quasi über die Runden zu kommen, was ich damit meint, dass man irgendwie halt Fuß fasst und vielleicht ein bisschen Profit daraus gewinnen kann. Wie gesagt, Underground-Bands haben da ein ähnliches Problem. Ich meine, es hat schon immer viele Bands gegeben, aber jetzt gibt es halt viele Bands auf Social Media und im Internet. Aber angenommen, angenommen, du wärst in der Rolle quasi als Social Media Manager und eine Band würde zu dir kommen und sagen, hey, wir würden gerne, ist so blöd, das klingt, online Fuß fassen und so. Wie sollen wir denn beginnen? Und wo dürfen wir uns nicht verlaufen? Und also wo wären deine Ansätze heute zu beginnen? Heute. Also ich muss sagen, gerade heute oder in 2021, 2020 ist eigentlich eine sehr, sehr große Dürre, die sich geöffnet hat für Musiker. Finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie viele ihr davon mitbekommen habt. Aber die letzten Jahre war halt das ganze Thema DMCA auf Twitch eine relative Grauzone. Das heißt, du hast eigentlich Copyrighted Music hören können. Also schriftlich festgehalten hast du es natürlich nicht machen dürfen, wenn du die Rechte erfindet gehabt hast. Aber du hast natürlich auch keine wirklichen Konsequenzen gehabt, wenn du jetzt die Musik gehört hast. Das heißt, ich habe bis, was weiß ich, Mitte 2020 die Musik gehört, die mir gefallen hat. Also egal, was für Level, was für Künstler, was für Band. Und leider, also es hat natürlich schon mehrere Waves gegeben, wo Record Labels dann wirklich hingegangen sind und gesagt haben, okay, Leute, so geht das nicht mehr. Ihr zahlt es dafür nicht. Ihr könnt die Musik nicht verwenden. Und jetzt sind wirklich, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommen habt, sind die Labels wirklich hart hingegangen und haben die Leute gekopyrighted strikt wie ohne Ende. Und es sind wirklich einige Leute, die sehr, sehr viele Strikes gekriegt haben. Es ist zwar noch keiner Vollzeit gebannt worden, aber im Endeffekt hat sich jetzt quasi letztes Jahr so geschifftet, dass du keine Copyrighted Music mehr hören kannst auf Twitch. Ich meine, braucht man nicht reden auf YouTube und so weiter, ist das alles schon sehr, sehr lange so gewesen. Aber Twitch war eben sehr, sehr weit hinterher, was das angeht. Und das macht's, finde ich persönlich, als ich sage jetzt kleinere Band, die vielleicht kein großes Racket-Label hat, die independent sind, eigentlich super für diejenigen, die ihre Musik unter Leute bringen wollen. Weil wir sind jetzt natürlich als Content-Creator, also als Streamer, klar, du weißt, wenn du ein FPS spielst, wo du dich konzentrierst, wirst du nicht super laut Metal-Musik im Hintergrund hören. Aber für mich ist es trotzdem, wenn ich acht Stunden am Tag an meinem Stream eben sitze, ich brauche Hintergrundmusik. Und wenn ich nur mit den Leuten quatsche oder als Intro, viele Leute haben so 15 Minuten Intro vorher laufen und so weiter. Für uns ist es halt schwierig, wirklich gute Musik zu finden. Ich meine, ihr kennt es selbst, Copyrighted Music, es ist zwar viel da, aber gerade so in meiner Richtung, ich höre halt gerne Rockmusik oder Metal sowas in die Richtung, aber auch Rap und Hip-Hop. Und es ist halt schwierig, wirklich gute Sachen zu finden und sich auch wirklich hundertprozentig sicher zu sein, kann ich mir das anhören, ohne irgendwelche Folgen DMCA-mäßig davon zu haben. Von dem her denke ich, es ist jetzt eine große Chance, so wie eben schon gesagt, wenn man wirklich eine neue Band ist oder noch nicht mit einem großen Racket-Label zusammenarbeitet, dass man eben seine Musik gewissen Creatern zur Verfügung stellt und die im Content quasi zu verwenden. Also gerade auf Twitch finde ich super, weil normalerweise ist es eigentlich so, wir linken, also als Streamer ist es eigentlich Common, dass du deine Spotify-Playlist und so weiter zur Verfügung stellst, also du hast die Public, das heißt, wenn jemand in den Chatraum reinkommt und entweder du displayst den Song, sowieso der gerade gespielt wird, oder du hast halt irgendeinen Chat-Command, Explanation Mark, Spotify und dann kommen die Leute direkt zu deinen Playlists. Und ja, und den Leuten das einfach anzubieten, hey, ihr könnt es mir musikfrei verwenden, klatscht es, wenn es euch gefällt, in eure Playlists rein. Ist gut für den Creator natürlich und gleichzeitig auch gut für den Artist, wenn der damit kein Problem hat, dass wir das in unserem Content verwenden. Und genau das Gleiche natürlich auch für YouTube. TikTok, ich meine TikTok ist einfach, aber gerade auf YouTube oder sowas, ist das natürlich auch nice, wenn du da gute Musik im Hintergrund verwenden kannst für deine neuesten Clip-Compilations oder wenn du ein cooles Intro-Lied brauchst oder so einen coolen Riff, wenn der Logo reinfliegt. Ja. Das ist cool. Das ist, glaube ich, ein Tipp, den wir eigentlich in alle Sachen, die wir bis jetzt irgendwie aufgenommen haben, noch gar nicht gehört haben. Okay. Das ist eine recht, ich sage mal, unorthodoxe Art und Weise, um seine Musik irgendwie unter Leute zu bringen, weil du ein bisschen dieses, hast du es früher Radio gemacht, weißt du, wenn er, weißt du, dieses, okay, wir wissen, so viele Leute schauen zu oder hören zu und das kommt jetzt einfach vorbei und wer weiß, vielleicht entdeckt jemand das so. Das ist voll spannend. Das ist ein guter Tipp, ja. Genau. Voll. Weil, weil viele Bands denken oft daran, okay, gut, an welche Outlets, sprich Magazine oder Review-Stuff oder so, kann ich, kann ich meine, meine neue Song oder meine EP oder mein Album schicken, ja, dass Gaming-Streamer auch so eine Plattform auf dem Station sein können, da haben wir auch gar nicht gedacht. Das ist super. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich höre, ich kann ja mal schauen, ich habe so jedes Jahr eigentlich, also gibt es für uns dieses Spotify-Jahresrückblick vor, wie viele Stunden du Musik hörst. Genau, kann ich später nachschauen, wenn ihr wollt. Ich höre Tausende von Stunden Musik am Stream, also ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 80.000 Stunden im Jahr oder so irgendwie, also oder 90, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich muss nachschauen, wie viele es wirklich waren. Und wie gesagt, wir können jetzt auf unsere normalen Artisten immer zurückgreifen und wenn da jemand wirklich coole Musik macht, die dem Streamer gefallen, also genau in der Genre reinfallen, das wäre ideal. Also ich muss sagen, es gibt Gott sei Dank wirklich schon ein paar große Bands und Labels, die mittlerweile ihre Musik freigeben haben, also zum Beispiel sowas wie Amity Affliction, Deez Nuts, was war noch? While She Sleeps und so weiter. Also es sind schon ein paar coole Metal-Bands, die mittlerweile das freigeben haben, aber ja, ihr wisst es selber, also keine Ahnung, umso mehr, umso besser. Also warte mal, ich schaue gerade nach, wie das Label heißt, das ist UNFD, das Label. Genau, die haben ihre Musik halt freigeben für Twitch. Das sind generell sehr coole Leute, das sind Australier ursprünglich, die auch in England ziemlich stark unterwegs sind und also ich war mal in Kontakt mit deren Promo-Leuten, weil ich tatsächlich für Bands einmal was angefragt habe. Deren Social Media Game ist Top Level. Richtig gut. Das ist wirklich toll. Auch Bands wie generell alles, was aus Australien kommt, ob Polaris oder Northlane ist, da ist immer die ganze Social Media. Ja genau, Northlane ist auch drin und so weiter. Die Social Media Präsenz von den Bands ist immer eins A, weil die verstehen es. Genau, und die haben glaube ich in einem Monat, wo dieses große DMCA-Ding eben quasi wieder mal aufkommen ist und jetzt wirklich ernsthaft uns jetzt quasi das nicht verboten, also es war ja schon immer verboten, aber uns jetzt wirklich so einschränkt. Die waren glaube ich wirklich innerhalb von einer Woche da und haben gesagt, Leute, wir haben euch eine Playlist auf Spotify zusammengestellt mit den Artists, die gesagt haben, das ist okay und ihr könnt die Musik verwenden. Also das ist halt einfach so ein Relief gewesen, weil wenn du sagst, okay, du kannst dir Lo-Fi-Musik oder Elevator-Background-Musik kannst du dir anhören, aber wenn du das halt jeden Tag acht Stunden die gleiche Lo-Fi-Playlist im Winter ja, es ist halt einfach schwierig und vor allem, ich sag, wenn man jetzt auch noch ein bisschen so ein Metal-Head ist, ja, dann ist es halt auch nicht unbedingt das Nonplus-Ultra, also ja. Aber es war ja generell, um ganz kurz bei dem Thema zu bleiben für Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, es war ja generell spannend, dass sogar Bands wie Dragon Force Copyright Strikes bekommen haben auf dem Stream von Herman Lee selber. Ja, der Gitarrist selbst von Dragon Force hatte die Gab es nicht jetzt auch irgendwas mit Metallica, die ein Konzert gespielt haben und die dann aber da war was, oder? Ich glaube da, ich bin mir nicht genau sicher, also ich bin mir nicht sicher, ob das so war, aber ich glaube, die haben einen Song von einem ganz alten Album gespielt, wo sie halt die Rechte an ein Label abgeben haben oder so. Also, technically haben sie halt die Rechte fürs eigene Lied nicht mehr gehabt und das Label hat die gestrikt für eigene Musik. Ja. War es ein Strike oder war es? Ah, ich glaube nicht, also so ein Warning. Ist da die Audiospur einfach abgedreht worden? Das weiß ich nicht. Irgendwas war da. Also, in dem gewissen Fall weiß ich das nicht, aber auf Twitch, so wie es halt funktioniert, bei uns ist es halt dieses Three-Strike-System, also du kannst halt drei Strikes kriegen, aber ich weiß nicht, ob du das schon gehört habt, die haben halt jetzt mittlerweile eine Software, also die haben irgendeine Drittfirma, die hat für dir Software programmiert, die kann in Echtzeit dich striken. In Echtzeit? Ja, sobald du Playdricks am Stream, die monitoren halt, ich weiß nicht, die Top, ich weiß nicht, zwei Prozent Streams oder sowas, oder die können das halt einstellen, wie sie wollen, die können in Theorie alles monitoren, auch wenn sie dementsprechend halt die Sources dafür hätten, aber im Endeffekt, das hat einer, ein ganz großer YouTuber und auch Twitch-Streamer, der halt gerade zu Themen aufgreift, der hat das zum Beispiel mal gezeigt auf seinen Stream, der hat den Zugang dafür gekriegt, der hat gesagt, innerhalb von fünf Sekunden, wenn er jetzt Playdrückt auf Spotify, innerhalb von fünf Sekunden registert der die Audiospur und automatisch claimt und strikt innerhalb von fünf Sekunden live. und du kannst halt, du kannst halt quasi pro Song gestrikt werden, das heißt, wenn du in einem Stream drei Lieder hörst, bist weg im Fenster, in Theorie. Also was halt Twitch macht, sie muten, so wie du halt sagst, die Audiospuren danach, das ist natürlich auch die ganzen Möglichkeiten, dass du halt sagst, okay, mit verschiedenen Audiospuren, das halt, es gibt mittlerweile schon, dass im Livestream selber die Musik gespielt wird, aber die Musik zur Watt quasi nicht gespeichert wird oder dass du zum Beispiel die Musik selbst hörst, aber dein Stream hört es nicht mit halt verschiedenen Spuren und so weiter. Gibt es halt Tricks und so weiter. Ich finde es halt, ich finde es halt eigentlich so kontraproduktiv, egal ob du jetzt ein Riesenlabel bist oder ob du ein kleiner Artist bist, warum würdest du nicht wollen, dass deine Musik so gespreadet wird? Also ich meine, man sieht hier, das beste Beispiel für mich ist TikTok. Also es werden mittlerweile Songs gemacht, die halt wirklich nur so kleine catchy Hooks haben, die genau für diese 10, 15 Sekunden TikTok-Videos passen. Also keine Ahnung, das ist das Beste. Also natürlich, klar, ob man da jetzt Lizenzen verkauft und so weiter. Natürlich kann ich jetzt als Content Creator mir keine Radiolizenz oder ich weiß nicht, was da leisten oder keine Ahnung, ich habe mir das zum Beispiel mal angeschaut, dass ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sieht, da hinten habe ich so ein kleiner Cardboard-Aufsteller stehen vom MGK, Machine Gun Kelly, das ist mein Lieblingsartist oder einer meiner Lieblingsartists und den haben wir davor jeden Tag gehört und ich habe mich einmal informiert, wie viel ich zahlen würde, um mir die Rechte zu kaufen, nur für ein Lied. Und das ist keine Ahnung, 15.000 Euro oder sowas für ein Jahr ein Lieblingsartist. So ein Watercast, oder? Ja, genau, genau. Easy. Also ich habe mir schon überlegt, was ist so in die Richtung zu machen, aber dann wiederum, du musst dich halt auch beim Label bewerben und so weiter, ob sie das dann wirklich geben. Aber das sind halt so Sachen, ich denke so, mach halt so ein Flat fee oder sowas, das ist die beste Promotion und sag halt, okay, wenn ihr die Musik benutzen wollt, müsst ihr halt Displayen, Artist und Song nehmen. sowas in die Richtung. Nein, aber das ist so Gedankengut noch aus der 80er, erster Hälfte der 90er, wo die fetten Labels wie gestrandete Wale halt waren und sich halt nicht verändern wollten und konnten. Und das hängt noch immer nach. Es ist traurig, oder? Das wird sicher noch zehn Jahre dauern, bis sich das quasi selber modernisiert hat, bis die Leute, die jetzt, sagen wir, in eher unserer Generation sind, auf die Positionen sind, dass sie was zum Sagen haben und sagen, hey, das sollten wir ändern. Genau. Aber das mit dem Algorithmus, der das checkt in fünf Sekunden, das ist hart, das ist ziemlich skynight, oder? Ja, ja. Das haben irgendwie so, also ich, wie gesagt, ich kenne mich in der ganzen Musikszene jetzt nicht so gut aus und mit Labels, aber angeblich waren das, glaube ich, so drei der größten Musiklabels, die haben quasi zusammengelegt und haben halt in der Third-Party gesagt, wir haben jetzt das und jetzt ist es aus, weil Twitch denen halt quasi auf der Nase herumgetanzt hat. Aber, aber, wenn wir gerade über Algorithmus sprechen, guter Segway, das Algorithmus-Spiel, das verändert sich ja für Social Media eher laufend, in Wahrheit, und das Reglement dahinter. Und, wie bleibst du da dran? Ja, also wo sind deine Informationsquellen, dass du weißt, quasi wie ist es vorteilhaft zu posten und wann und mehr Storys und wie Fotos und Hashtagging und verlinken und so weiter und so fort. Hast du da irgendwie eine Informationsquelle oder sagen, dass die Streamer so untereinander sagen, hey, kann ich noch was draufkommen und schmeiß dein Wissen raus oder sag einmal? Also auf Twitch ist sowas wie ein Algorithmus eigentlich kaum vorhanden und ist das eigentlich nicht wirklich komplett so schon wieder. Instagram und Facebook. Genau, also wie gesagt, auf Twitch gibt es sowas eigentlich nicht wirklich, dass die Discoverability quasi nicht vorhanden ist. Twitch hält sehr, sehr hinterher, meiner Meinung nach zumindest. Wenn es natürlich um sowas geht wie Instagram, TikTok, Twitter, was auch immer, Hashtags und so weiter. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr lange sehr natürlich gewachsen. Also wie du schon vorher gesagt hast, ich habe halt wirklich vor acht Jahren schon angefangen und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich wirklich von Anfang an nicht nur eine Plattform beliefert habe, sondern ich habe halt immer Cross-Promotion gemacht, was halt auch sehr, sehr wichtig ist, egal in welchem Bereich, ob du jetzt Musiker bist, Gamer, YouTuber, ob du ein Mami-Blogger bist, egal was es ist. Eins der A und O ist, es ist einfach, so viele Plattformen wie möglich beliefern. Und den Content halt auch wirklich re-usen. Das heißt, wenn ich einen acht Stunden Gaming-Stream habe, dann mache ich da draus ein zehn Minuten YouTube-Video. Aus den zehn Minuten YouTube-Video mache ich mir zehn kleine TikTok-Highlights und so weiter und so fort. Dann diese TikToks, die kann ich genauso auf Instagram als Reels hochladen und so weiter und so fort. So geht das Ganze halt weiter. Also ich glaube, eines der wichtigsten Sachen ist halt wirklich, dass man, was man produziert, dass man nicht unbedingt sagt, boah, ich muss jetzt diese ganze Grind-Culture bei uns, also dass du sagst, boah, ja, ich muss jeden Tag 16 Stunden grinden, das muss nicht unbedingt sein. Im Endeffekt, klar, wenn ich dann den ganzen Videos draus produziere, ist auch wieder viel Arbeit, aber ich muss jetzt nicht Content-Specific jetzt nur für Twitch produzieren, dann nur für YouTube, dann nur für TikTok. Natürlich ist es besser, wenn du unique Content auf jeder einzelnen Plattform hast. Ich würde es schon empfehlen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel so Sachen, TikTok-Soit-First oder Exclusive-Content auf so Bilder, die ich zum Beispiel nur auf Instagram poste und nicht unbedingt auf Twitter oder Facebook, was auch immer. Also es ist schon auch wichtig, aber man soll halt das, was man createt, auch dementsprechend für sich nutzen und nicht nur, ja. Aber jetzt nicht nur dieses eine Piece und das postest du mal und das ist fertig, sondern quasi das, wenn ich das sagen darf, das richtig halt auspressen, halt alles, was dieses eine Stück Content halt hergibt. Genau, so ist es. Okay. Ja, aber jetzt, um auf der eigentlichen Frage zurückzukommen, woher habe ich meine Sources, also wie gesagt, ich habe wirklich sehr, sehr lange mich darum gar nicht gekümmert. Also die ersten paar Jahre hat es einfach funktioniert, wie es für mich natürlich funktioniert hat. Da war es uns gar nicht wichtig, ja. Genau, da war die ganze Cross-Motion, wenn ich halt live gegangen bin auf Twitch, habe ich halt auf Instagram gesagt, live auf Facebook, auf Twitter und so weiter und so haben sich halt alle Kanäle gleichzeitig. Aber alles noch chronologisch quasi, also es haben alle alles gesehen, wer halt um die Zeit gepostet hat, dann hast du es gesehen. Genau. Aber du hast es auf jeden Fall gesehen. Genau. So wie du gesagt hast. Aber mittlerweile, also ich habe dann relativ viel später, also müssen wir erinnert sagen, wie in jeder Szene, mehr Musiker, mehr Creator, viele Leute sind Gott sei Dank mittlerweile in der Lage, davon zu leben oder sich zumindest ein Geld nebenher damit zu verdienen. von dem her hat man natürlich viel mehr Competitors, also der Markt ist überall komplett, also komplett saturated und viel zu viele Creators und so weiter und deshalb natürlich ist es wichtig, dass man sich, wenn man quasi am Geisterzeit, sagt man es so, wie sagt man es auf Deutsch? Also quasi, wenn man am Ball bleiben will, dann muss man sich natürlich mit dem Algorithmus auch ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe das am Anfang eigentlich relativ viel mit Reddit gemacht, ist relativ einfach, glaube ich, selbsterklärend, jeder von uns, der schon auf Reddit ein bisschen unterwegs ist, einfach mal die Top-Posts, die mit den meisten Up-Words einfach mal durchschaut, genau und mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich das meiste eigentlich auf TikTok kriege, also es klingt jetzt wirklich blöd, aber ich muss auch dazu sagen, also ich bin, ich wäre dieses Jahr 31, also ich bin wirklich nicht so diese TikTok-Generation und ich habe mich ganz, ganz lang geweigert. Ich mache eigentlich erst seit letztem Jahr im Dezember, habe ich erst mit TikTok angefangen, aber ich habe mich in die Plattform verliebt, weil das wirklich noch die einzige Plattform ist, wo du noch organisch wachsen kannst. Ja. Und wenn du ein bisschen eine Idee davon hast und das ist halt so wirklich, du wirst da drauf nur, ich sage mal, berühmt oder gehst viral, wenn du Leuten entweder was beibringst, lustig, bist oder was Neues zeigst, oder? Ja. Und für mich ist dieser ganze Learning-Aspekt super, super interessant. Das heißt, ich folge eigentlich den meisten Leuten, denen ich auf TikTok folge, sind Leute, die dir zeigen, oh, das sind neue Tricks, wie du ein cooles neues Feature am Stream hast, wie du deine, kein blödes Beispiel, wie du deine Kamera zum Beispiel, in deinem Rectangle hast und in einer Herzform oder sowas. Das ist ein, das ist ein blödes Beispiel, das ist einfach so nur den Frame. oder wie du coole Scene-Transitions haben kannst oder so wie du sagst, die sagen dann wieder, okay, Algorithmus-Update auf Instagram, da ist es jetzt wichtiger, dass die Leute deinen Content safen und nicht nur die Likes, die Likes sind egal, jetzt ist es wichtig, dass die Leute das safen und sharen, das ist das Wichtigste und so weiter und das ist halt, das sind nette Snippets, also ich habe vorhin natürlich YouTube-Videos und so weiter auf Algorithmus auch angeschaut, aber ob du dich jetzt da hinsetzt oder von irgendjemandem jetzt wirklich dir 15 Minuten in-depth-Video anschaust, wo der, keine Ahnung, 15.000 Sponsored-Sachen wieder drin hast, also verstehe mich nicht falsch, gehört dazu, aber da schaue ich mir lieber ein 25-Sekunden-TikTok-Video an, habe die dieselbe Information herauskriegt und habe meine Zeit gespart. Also das ist eigentlich so, wie ich das Ganze finde und TikTok, du kannst alles lernen, ob du jetzt fließenlegen willst, ob du Streamer sein willst, ob du Social-Media-Manager sein willst oder ob du dein eigenes Start-Up gründest oder irgendwas mit, keine Ahnung, Cryptocurrencies oder egal was, du kannst das alles lernen und es gibt für alles irgendeinen Experten, der irgendwas weiß und ja, also das meiste kriege ich jetzt wirklich mittlerweile von TikTok. Geil, also TikTok ist so, auch dieser riesige Knowledge-Pool, wo die Leute sagen, ha, ich weiß was und schaut sich das an. Genau, und du findest halt alles mit den Hashtags, alles und der Algorithmus, also so wie du sagst, ich war halt am Anfang wirklich sehr abgeschreckt von TikTok, so wie viele Leute, ich sag auch mal, in meinem Alter oder älter ist es halt so richtig, okay, was ist TikTok? Das sind zwölfjährige, die irgendwelche Fortnite-Dances machen, ja genau, das ist so quasi dieses, dieses, das sind zwölfjährige Unterbieter, die halt diese, diese Tänze machen, aber Fakt ist halt einfach, wenn du einmal ein paar Stunden auf der Plattform bist und du kannst dir Feedback geben, du kannst das Video anhalten und sagen, okay, ich bin an sowas nicht interessiert, an was bist du nicht interessiert, an dem Nutzer oder an dieser Art von Content und wenn du da echt einmal zwei, drei Stunden rein investierst oder eine Woche, dieser Algorithmus, der findet so schnell raus, ob du dir ein Video jetzt eine Sekunde anschaust, ob du gleich wegscrohst, ob du es anschaust, genau, also innerhalb von einer Woche hat mich dieses App so in den Bann gezogen, weil es mir halt einfach die Informationen gibt, die mich, die mich interessieren und das ist egal, was für, wie schon gesagt, das ist egal, in welche Richtung du gehst, das ist ein Wahnsinn für mich. By the way, die Videos, die du machst, oder es ist die, wie die heißen du, Vorteile eines Gamer-Girlfriends. Ja, genau. Fucking hilarious. Danke. Ja. Danke. Warte, ich mag da noch ganz kurz einhaken, zwei Sachen. Wie hat man ein Segway? Sorry. Vielleicht bringt man nochmal zusammen, oder? Der Combo-Breaker. Geht schon. Bring it. Nein, einerseits, weil du sagst, du bist eh quasi auf alle Plattformen unterwegs, weil muss man, damit man überall gesehen wird und damit man, diese Mühe, die du steckst in, ich mache einmal diesen Content, dann versuche ich ihn halt so gut wie möglich zu verwenden. Automatisierst du das Ganze oder bist du wirklich hands-on, okay, ich logge mich jetzt ein auf TikTok und ich poste es da oder hast du quasi eine App, wo du sagst, share to everything? Na, 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 also ich, ich muss sagen, ich bin mittlerweile, ich habe zwar einen Editor, also der für mich zum Beispiel jetzt die Stream-Highlights in TikTok-Videos macht und da lädt die dann für mich in die Cloud hoch, aber ich bin jetzt nicht so extrem, dass ich sage, okay, ich habe jetzt da meine, meine eine Plattform, wo ich meinen ganzen Content hochladen und dann genau um siegen, am Abend, genau, na, gar nicht, also das mache ich alles noch per Hand, das Einzige, wo ich wirklich mittlerweile froh bin, dass ich mir wirklich einen Editor geholt habe, aber das ist einfach diese, ich meine, muss ich euch wahrscheinlich auch nichts sagen, diese ganze, umso älter man wird, man kriegt halt diese Wertigkeit zwischen Geld und Zeit, shiftet halt, davor war es Geld, Zeit da herunten und jetzt ist es umgekehrt, also ich sage, ich investiere jetzt lieber Geld und habe mehr Freizeit oder kann mich wirklich darauf fokussieren, meinen Content zu machen, als dass ich sage, boah, muss ich mich da jetzt abends noch mal hinsetzen und noch vier Stunden Videos editen, also da sage ich lieber, da, da, da ermögliche ich einer anderen Person vielleicht noch ein Geld nebenher zu verdienen oder vielleicht Vollzeit als Editor zu arbeiten, ich muss mir keine Gedanken drüber machen, wenn ich einen guten, eine gute Person finde, mit der ich zusammenarbeiten kann, aber wenn es ums Sharen geht, um die ganzen Descriptions und so weiter, das mache ich halt eigentlich alles noch selbst, also da bin ich schon sehr in Sonne. Und weil du auch sagst, dass du bei TikTok eigentlich recht spät eingestiegen bist, bist du, also würde ich jetzt mal sagen, du bist nicht so jemand, so oh, es gibt eine neue Plattform, ich melde mich sofort an und versuche gleich mal alles aus und du schaust einmal, wie sich das entwickelt. Genau, 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 also das ist, ich bin halt sehr, sehr wählerisch mit allem, was ich mache, egal ob das jetzt eine neue Plattform ist oder ein neues Computerspiel zum Austesten, was für mich persönlich natürlich auch nicht unbedingt was Gutes ist, also ihr kennt es selbst, umso früher man mit was anfängt, umso höher sind die Chancen, dass man auf einer neuen Plattform oder bei einem neuen Spiel erfolgreich wird. Also wie gesagt, das kann man ja wieder in alle Bereiche im Leben kopieren quasi, aber ich muss sagen, ich bin sehr wählerisch, wenn es um das geht und das ist bei mir auch ein relativ großer Downfall, sage ich einmal, weil ich halt nicht immer bin, so wie auf Twitch zum Beispiel, wenn du, wenn ich damals ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher von CS auf Fortnite gewechselt hätte, ich hätte wahrscheinlich meine hohen Viewerzahlen behalten, aber ich muss halt einfach sagen, für mich muss ich jetzt die Views haben und dafür was spielen, was mir keinen Spaß macht, das ist halt, das ist diese Balance, die man für sich selber finden muss, ist es für mich wert, dass ich meine Seele in dem Sinne verkaufe und was mache, was mir keinen Spaß macht, nur quasi in order, um relevant zu bleiben oder eben noch erfolgreicher zu werden, also da muss ich sagen, da bin ich mittlerweile wirklich so, dass ich sage, für mich ist Mental Health und generelles Wellbeing wichtiger, als dass ich sage, ich muss jetzt da jedes Mal dranbleiben. Das Gute ist auf jeden Fall, dass du sagst, auch bei einem Einstieg bei TikTok im Dezember hat es funktioniert. immer noch organischen Wachstum, also das ist schon gut. Genau, also ich habe jetzt von Dezember bis heute, ich glaube, ich habe knapp 9000 Follower und ich bin wirklich bei null gestartet und ich habe nicht wirklich Cross-Promotion gemacht, weil ich weiß, die Leute, die mir auf Twitch, Facebook, Twitter, Instagram folgen, also alleine, wenn ich nur so an die Altersgruppe schaue, also meine Hauptaltersgruppe ist halt irgendwo zwischen 20 und 35 oder 24 und 35 so rum, da weiß ich, wenn die irgendwo schon den TikTok-Stamp auf dem Video sehen, die sind so so, ich bin nicht auf TikTok, ich will mir jetzt Instagram anschauen, ich will das nicht. Und von dem her, ich habe echt einmal probiert, wie schnell kann das gehen? Und ich habe wirklich schon ein paar Videos gehabt, wo ich auf einmal 100.000 Views oder sowas habe. Und ich habe vorher oft überlegt, nein, ich lade das nicht hoch. Und zum Beispiel YouTube funktioniert für mich gar nicht, einfach weil ich keinen uniken Content mache. Ich mache halt, so wie du sagst, wirklich nur diesen, das ist halt alles Trial and Error in Social Media. Du musst halt selbst schauen, was funktioniert für dich, was funktioniert für andere. Und für mich zum Beispiel, ich weiß, dass es für mich nicht funktioniert, wenn ich Stream-Highlights auf YouTube hochlade. Das interessiert die Leute nicht, weil die Leute schauen meinen Stream eh schon live. So, auf TikTok, die Leute schauen mich auf Twitch nicht an, die sehen diese kurzen Snippets, die interessiert das. So, dann habe ich zum Beispiel die Videos nie als Reels hochgeladen auf Instagram. So, jetzt lade ich die auf Instagram hoch, auf einmal merke ich, hey, ich kriege auf Instagram, keine Ahnung, sagen wir mal 30.000 Views auf ein 15-Sekunden-Video, während ich auf ein YouTube-Video, was 10 Minuten lang ist, kriege ich 1.000 Views. Hey, und was du was für eine Zeit davon hast, drin ist, dass ich jetzt wirklich sage, okay, wie lange brauchst du, um ein 10 Minuten YouTube-Video zu schneiden, um den ganzen Content durchzuschauen und so weiter und so fort. Das ist so viel Dings dahinter. Deshalb habe ich jetzt auch zu meinem Editor gesagt, du, wenn du möchtest, lern um von YouTube-Video-Editing auf TikTok. Weniger Arbeit für dich, mehr Reward für beide von uns und das funktioniert super. Also, perfekt für mich. Jörg? Ja? TikTok? TikTok? Also, gerade für Podcasts. Es gibt total viele Leute, die Podcasts haben und die so ihre Snippets halt einfach hochladen. So wie du sagst, zum Beispiel, genau, zum Beispiel, warum, könntest du genauso jetzt das Snippet machen? Okay, warum du als Gaming-Youtuber deine Highlights nicht auf YouTube hochladen solltest, sondern auf TikTok? Wenn ihr mehr drüber hören wollt, schaut euch unsere neuen Podcasts an. Link in der Beo. Genau. Zack, fertig. Und du musst halt die Leute echt in den ersten paar Sekunden catchen und dann kannst du die gleich redirecten. Das ist halt das Einzige, was ein bisschen schwer ist auf TikTok, die Leute wirklich von einem... Ja, außerhalb der Podcast verbringen. Genau, genau. Aber trotzdem, also ich, für mich ist es echt nice. Also, dass Instagram im Moment Reels auch bevorzugt und höher anordnet in der Trio als Content. Als Posts oder Storys oder sowas. Correcto. Genau. Ich hoffe, ich habe dein Segway jetzt nicht zu sehr zerstört, Jörg. Das ist komplett schon. Okay. Aber, aber, Julia hat schon ein bisschen in diese Frage hinein, deswegen gute Arbeit. Nämlich, du siehst dich ja selber mehr als Entertainer und weniger, weniger, als YouTuberin und du machst ja nicht nur Gaming Stuff, sondern machst du zum Beispiel so Make-up Tutorials und Meal Prepping und zeigst auch sehr viel von deinem Alltag und von deinen, von deinen Hunden und Katzen und so weiter und so fort. Und wie, wie, wie wichtig würdest du sagen, ist diese, ich nenne es mal Content Diversification, dass du eben nicht nur Gaming, sondern Gaming und Private Lives und Make-up und so weiter und so fort. Wie wichtig ist das, um das Interesse von deinem Following aufrechtzuerhalten? Ist das wichtig oder sollte man in die Breite gehen oder sollte man sich spezialisieren, das ist der Vor- und Nachteil, wie siehst du das? Also ich, ich finde, man muss für sich selber die Nische finden, die funktioniert. Also wie gesagt, ich habe, so wie du vorher schon gesagt hast, wirklich angefangen, jetzt nur Gaming-Content, nur Twitch, und so weiter. Aber für mich mittlerweile wäre das persönlich keine Option mehr, weil ich halt einfach gelernt habe, du kannst, stell dir vor, ich hätte mich acht Jahre lang jetzt nur auf Twitch fokussiert und hätte nur Dortmund-Following aufgebaut und das nirgendwo anders hin verteilt. Und dann DMCA zum Beispiel hätte mich weg vom Fenster geholt. Sagen wir, ich hätte instant three strikes gekriegt, wäre weg gewesen, warum auch immer. Ich wäre da gestanden mit nichts. Ich hätte, mit was hätte ich mehr Geld verdienen können? Also mittlerweile schaue ich halt auf das Ganze mehr, umso mehr Standbeine, umso besser. Aber nicht nur jetzt unbedingt Sicherheit und Geld oder was auch immer, sondern auch Mental Health. Also für mich persönlich. Also ich arbeite, also beziehungsweise ich streame halt sechs Tage die Woche und ich habe es jetzt mittlerweile so, dass ich einen Tag in der Woche einen Kochstream mache. Das heißt, da habe ich schon einmal fast jetzt nur noch fünf Tage die Woche, wo ich streame, also wo ich Videogames streame und so weiter. Damit es halt nicht so ein Grind ist, sondern damit du das okay. Genau, genau. Du kannst halt, also natürlich, du kannst super kreativ sein und ganz viel verschiedene Sachen machen und ich glaube, wenn gewisse Leute haben deren Nische und das funktioniert und die sind zehnmal größer als ich jemals sein werde und das ist auch richtig so und die bleiben in der Nische und das funktioniert für die. Aber ich sage, es kommt halt auf die Person auf an. Für mich persönlich, ich fühle mich mental besser, wenn ich sagen kann, okay, heute kann ich auf Instagram zum Beispiel mal zeigen, wie bei mir das Haus renoviert wird. Ich mache meinen Keller, noch ein zusätzliches Gaming-Studio rein, dann kann ich euch wieder meine Katze und meine Hunde zeigen, dann morgen kommt wieder ein Koch-Stream und da kann ich dann mit den Leuten so interagieren, dass ich, wir machen zum Beispiel Themen-Koch-Streams, dass wir sagen, so, dieser Stream wird schwedisches Essen, das heißt, wir haben Shed Buller und die Cinnamon Rolls und so weiter und dann integrierst du die Leute darin auch wieder. Also zum Beispiel, so wie wir es machen, ich habe einen eigenen Discord-Server dann auch noch, wo ich sage den Leuten, okay, was wollt ihr nächste Woche sagen? Okay, schwedisches Essen, perfekt, schickt mir eure Rezepte. Dann kriege ich von der einen Followerin zum Beispiel, von der Oma, ein 150 Jahre altes, originales, schwedisches Zimtschnecken-Rezept, das so geil ist, dass du nirgendwo auf irgendwelchen Internetseiten finden wirst, jemals. Also es ist halt einfach handgeschrieben irgendwo. Genau, mit den Zeichnungen von der Oma, wie die Zimtschnecken zum Rollen sind und alles. Also ich schwöre dir, das ist der Wahnsinn. Also und du hast halt so viele Vorteile, einfach den Leuten erstens auf anderen Levels zu connecten quasi. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich spiele mit denen Counter-Strike, das ist zwar cool, aber wenn die mir dann auf einmal sagt, boah, die kocht, oder zum Beispiel, wenn ich jetzt meiner Lieblings-Streamerin zuschaue oder Streamer und der sagt, boah, ja morgen mache ich Wiener-Schnitzel, dann kann ich sagen, boah, ich muss dir weil genau das sagen, du musst aber unbedingt die Panier so und so machen, so hat es meine Oma auch immer gemacht und wenn ich dann denjenigen sehe, der das am Stream genauso macht, wie meine Oma das gemacht hat, dann habe ich zudem gleich tiefere Connection. Ja, 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 aber es geht in beide Richtungen und das soll jetzt nicht so klingen, so boah, das ist voll die Manipulation von den Followern oder sowas, also gar nicht, weil es geht in beide Richtungen, also ich habe mit den Leuten jetzt auch ganz eine andere Bindung, wenn ich so denke, boah, die hat mir von ihrer Oma das Rezept gegeben, das ist einfach so cool, also einfach interaktiv und ganz viele verschiedene Standbeine zu haben für Sicherheit, Geld, fürs Following halt auch interessant. Abwechslung, für dich, dass die Spiele nicht einschlafen. Genau, wenn du dir jetzt halt 15 Mal den gleichen Otto auf Instagram anschaust, der jede Woche einen neuen Riff auf seiner Gitarre spielt oder sowas und es ist jedes Mal die gleiche E-Gitarre und er ändert nichts, nach dem, keine Ahnung, hundertsten Mal wirst du die Story auch skippen, weil wie viele verschiedene Riffs das kann er machen. Okay, also jetzt nur als Beispiel so in Musik gebracht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass derjenige zum Beispiel auch ein bisschen was hinter den Kulissen, also es muss natürlich zu jeder Person passen, nicht jeder will sein privates Leben öffentlich stellen, was ja auch total okay ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, was hat der Hans-Peter jetzt noch für Hobbys eigentlich außer Musik und vielleicht arbeitet der gern mit Holz und hat seine eigene Werkstatt und macht dort, keine Ahnung, kleine Vogelhäuser oder sowas. Dann weiß man das vielleicht auch sehen, Genau, genau, also und so Sachen sind halt einfach, finde ich persönlich sehr, sehr interessant für die Audience, Engaging, man hat mehr Möglichkeiten, egal ob jetzt monetarisch ist oder die Leute halt in den Bann zu ziehen, wie auch immer man das benennen will. Also ich persönlich würde nie mehr mit nur einem Standbein gehen, egal ob es jetzt eine Richtung ist, eine Plattform oder egal was, also ich würde immer so versatile wie möglich sein. Wie würdest du sagen, könnte man das für Bands transponieren? Ja, dass sie ja quasi nicht nur ihre Musik präsentieren und halt das machen, was man halt weiß, was Bands zu tun, sondern wie könnte man diesen Diversifikationseffekt für Local Underground Bands oder? Es gibt so viele Sachen. Wie wäre es, wie wäre es, wenn man einen Livestream macht mit seiner Band und jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich setze die ganze Band auf und heute machen wir einen Wünsch dir was Stream und die Leute können reinkommen und sagen, so, der Franzi darf sich heute einen Song wünschen und wir versuchen, Karnung, den neuen Britney Spears Song nachzuspielen als Metal Band und irgendwie interaktiv zu sein oder, keine Ahnung, dass man mal sagt, ja, okay, du sagst den Leuten, ja, du wirst ein neues Album im März rausbringen und du arbeitest daran schon eineinhalb Jahre und dann denken sie sich, boah, super, jetzt warte ich schon wieder eineinhalb Jahre auf das Album. Die haben null Ahnung, was dahinter eigentlich ist. Filme mal einen Vlog mit, was ist dahinter, was für Schwierigkeiten sind dabei, also, oder zum Beispiel, wie entsteht der Chorus von einem Song zum Beispiel. ich habe zum Beispiel richtig cooles Beispiel, muss ich wieder MGK reinbringen, also Korsenbecker, der hat zum Beispiel so ein cooles Background-Video, da hat halt einer mit dem Handy halt immer als mit gefilmt und da hat so Snippets drin, wie er den Chorus gefunden hat von Bloody Valentine und der ist halt da einfach mit seinem Freund gesessen und dem gejammt und die haben halt irgendwelche Wörter zusammengeschmissen und den Chorus over and over gesungen und immer andere Wörter und da meinte einer Typ, wieso sagen wir einfach Bloody Valentine, dann singt der das, oh mein Gott, ja, das ist so richtig, das ist ein Eureka-Moment und das ist festgehalten und das ist halt einfach so als Fan so cool auch den Hintergrund zu sehen, okay, boah, das ist eigentlich nicht nur er oder dass du einfach siehst, boah, der ist manchmal auch alleine im Studio und nur mit einem anderen Typen, der halt den Record-Button für ihn, also den Producer, der für ihn halt recordert, aber wie viel er da eigentlich selbst macht, wie viel Arbeit er dahinter steckt, wie viel Zeit du reinsteckst, also gerade so Background-Sachen bei Musik finde ich super, super, super interessant als Fan selbst. Das sind auch Advokaten von dem, dass man das, dass das, quasi das, das Behind-the-Scenes und Making-of, dass das, dass das eigentlich voll wichtig ist, damit die Leute, die im Endeffekt den, den Content oder den Song oder das Album oder, keine Ahnung, bei Filmen zum Beispiel, dass sie das dann viel mehr appreciaten können, weil sie sehen, okay gut, das ist nicht einfach jemand, der ein paar, ein paar Knöpfe am Computer drückt und den Live-And-Eiser auf elf stellt und dann sagt, okay, das ist mein Song, bam, fertig, nix, sondern, dass das, dass das schweinig viel Arbeit ist und vor allem, wie du halt auch schon öfters gesagt hast, das ist auch eine Art der mentale Belastung, ja, und dass man vielleicht dann dadurch den einen oder anderen Fan vielleicht, wie soll ich sagen, näherbringt, dass das, was du jetzt hörst, das ist das Produkt, ich nenne Musik. klar, im mathematischen Sinn, das Ergebnis, Produktdolksergebnis. Dieses Werk hat so viel Energie und Zeit gebraucht, damit dir das jetzt dreieinhalb Minuten, keine Ahnung, Eskapismus bringt, oder, ja. Genau, oder zum Beispiel, zeig alte Versionen, zum Beispiel, wie hat die erste Recording von dem Ganzen sich angehört und vergleicht das mit einem Final Product, also keinem, wo du noch ein kompletter anderer Baseline drin gehabt hast, oder egal, was es ist, also zeig mal einfach so, das war die erste Version, das ist die finale Version, die ihr gekriegt habt. Oder zum Beispiel, genau, oder was ich mir auch gerne anschaue, sind so diese, diese Lyrical Breakdowns, weißt du, wo du halt einfach sagst, okay, da sitzt der Artist da und zerlegt nochmal den ganzen Song. Genau, was sind oft zweideutige Sachen oder auf was bezieht sich, was man oft so als Listener gar nicht mitkriegt oder auch Videos, also zum Beispiel, ich bin auch ein riesen NF-Fan, also ich weiß nicht, ob ihr so in die Richtung Rap und so auch ein bisschen was hört, richtig, richtig cooler Rapper und der hat zum Beispiel in seinen Videos und auf seinem Post, der hat immer schwarze Luftballons mit sich rum und wenn man sich, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann denkt man sich, okay, warum ist der Typ immer schwarz angezogen, warum hat der seine schwarzen Luftballons mit, und wenn man sich dann ein bisschen so sein Content anschaut, dann erklärt er irgendwann einmal, dass die Luftballons sind seine Burdens, die er immer mit sich rum carryt, also der hat Depressionen und alles und der visualisiert quasi mit sowas, dass er seine Burdens immer mit sich rumzieht, überall wo er hingeht und so Sachen, da denkst du halt auch wieder, boah, das sind halt einfach so coole Snippets, wo man, wo man die Leute ein bisschen hinter die Kulissen lässt, vielleicht auch ein bisschen was von seinem privaten Preis gibt und damit kriegt man halt als Reward einfach diese tiefere Bindung und tieferes Verständnis, zum Beispiel auch, wenn du sagst, boah, ja, wir wollten das Musikvideo eigentlich nächste Woche droppen, wir müssen es jetzt aber zwei Wochen verschieben, warum ist das so? und wenn du einfach nur sagst, boah, ja, wir verschieben das, werden die Leute natürlich grantig auf dich sein, wenn halt sagen, du hast mal gesagt, das kommt heute raus, nicht in zwei Wochen. Aber da steht man zu. Genau, genau, ich bin enttetelt dazu, dass ich das heute sehen darf und ich glaube, wenn man da, so wie du sagst, wenn man da ein bisschen an Hintergrund und wenn du dann sagst, okay, wir haben vielleicht was gefilmt und die Szene ist nicht so rausgekommen, wie ich wollte oder keine Ahnung, es ist nicht ein Sink oder wurscht, was es ist, wir müssen es neu filmen und wir nehmen euch da dann auch wieder mit. So, dann haben die Leute wieder, wo du sagst, okay, die kriegen zwar heute nicht das Video, aber die können sich quasi schon wieder auf mehr Behind-the-Scenes-Zeug freuen und sie haben wieder die extra Interaktion mit dir gehabt und ja. Ja, und das, vielleicht ganz kurz noch, das Schöne ist auch, das kann man auch als beginnender oder kleiner Künstler machen. Es ist jetzt, natürlich ist es ein Aufwand, ich will überhaupt nicht sagen, es ist kein Aufwand, aber du musst. Du hast mittlerweile ein volles Production-Value-Mikro-Ripro und Kameramt. Und du brauchst nicht jetzt bereits ein Established-Künstler, Artist oder wie auch immer zu sein, das kannst du auch machen, wenn du deine erste EP aufnimmst oder überhaupt deinen ersten Song und dann einfach deine Erfahrungen teilen, weil dann ist vielleicht diese Erfahrung von, oh, ich habe meinen ersten Song aufgenommen, ist bereits schon cooler für die Leute, die den ersten Song dann hören und können das besser deuten, wie und was das alles bedeutet hat. Ja, voll. Also absolut keine Frage. Und ich sage gerade, also ich weiß, wir kommen halt immer wieder genau zu demselben Punkt TikTok in dem Sinn. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, es gibt ja diese Snippets, wo halt wirklich Leute, zum Beispiel Bring Me The Horizon, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, die haben den Songweiser Can You Feel My Heart? Und das ist so ein Trend auf TikTok geworden, dass Leute einen eigenen Verse gemacht haben auf den Song. Also quasi so ein extra Verse eingefügt. Zum Beispiel ein Typ hat gerappt, das andere war halt fast wie eine Opernsängerin, die da voll schön drüber gesungen hat und so weiter. Und Bring Me The Horizon hat da eigene Version mit einem Typen, wo das Video halt viral gegangen ist, von irgendeinem anderen Ende der Welt. Die haben eine neue Version von dem Song gemeinsam produced, Long Distance, und den released. Ich glaube, das war letzte Woche oder so was. Also allein so was zeigt halt, und das war halt irgendein, also soweit ich weiß, also nicht wirklich jemand known. Und das Lied war halt einfach so geil. Es ist auf TikTok groß geworden und ihm gesagt, hey, wir machen den Song. Und jetzt ist der released. Also es ist halt einfach von einer kleinen Handyaufnahme zu einem fullblonen Bring Me The Horizon Song. Das ist generell eine Band, die auch Social Media gut versteht. Ja, der Olli, der macht halt auch fast alles noch selbst. Also das sieht man, die machen, bestes Beispiel wieder, die haben genauso ihre Behind-the-Scenes-Videos. Egal, ob sie ein Musikvideo, genau, egal, ob es das Rekorden im Studio oder ein neues Musikvideo ist, egal was. Bestes Beispiel, glaube ich. Nur kurz, Peter, haben wir noch Zeit für eine Frage? Ja. Eine geht sich, eine geht sich noch raus. Eine geht sich. Okay, aber die müssen wir ganz schnell machen, ganz schnell reden. Also, wir wissen, wer dein most favorite Artist ist. Gibt es auch österreichische Underground-Bands, die du verfolgst, die du hörst? Darfst du, willst du, magst du name droppen vielleicht? Darf ich, darf ich. Also ich muss sagen, ich komme aus einer Zeit, also wo ich jünger war. Mein Ex-Freund hat damals Metal-Musik gemacht und ich war so zwischen 2006 bis 2012 oder sowas auf jeden kleinen Dreckskonzert, überall. Also ich weiß nicht, ob du dir noch Pandora's Dawn oder sowas kennst, The Sorrow, also so in die Richtung, da bin ich überall unterwegs. Ich muss sagen, mittlerweile nimmer so viel und ich will jetzt auch keine Favorites oder sowas machen. Aber es wäre doch ziemlich cool, wenn wir einfach so eine Spotify-Playlist kriegen könnten für Twitch mit österreichischen Bands, die vielleicht ihre Musik zur Verfügung stellen könnten. Das schaffen wir, Jörg. Das kriegen wir ihm. Wie cool wäre das? Das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht. Echt? Ja, voll. Das aktualisieren wir noch. Für eine andere Radio-Show. Ja, da werden wir aktuelle Sachen zusammenstellen und keine Ahnung, wenn wir dir das schicken könnten. Das wäre voll cool. Also wenn wir da irgendwie auch rausfinden könnten, was für Sachen wir auch auf Stream, am Stream-Supporten verwenden können, aber generell für Content. Das wäre mal checken. Sowas zu promoten wäre super, super cool. Aber ich muss sagen, so all-time favorite Band Österreich, The Sorrow. The Sorrow. Das ist halt so einfach so oldschool für mich. Mit dem war ich auf Tour eine Zeit lang. Echt? Ja. Also waren wir Tour-Support, also meine Band damals. Und ja, die... Bei wem warst du damals? Die Band hat geheißen Devastating Enemy, war so eine Melodev-Band. Und The Sorrow waren so cool und nice und haben uns mitgenommen und supported. und ja, die haben das eine Zeit lang sehr rigoros und sehr geil gemacht und habe ich mir gerne angeschaut. Also ich habe keine Ahnung, wo die mittlerweile sind und ob die noch Musik machen, aber das ist so von... Das ist Ruhe. A blast from the past. Aber far. Ja, das war ziemlich cool. Soweit. So. Lassen wir es für heute, oder? Mhm. Soweit. Hey, Iria, nochmal. Danke für deine Zeit und für deinen Insight und deine Geduld. Und wir haben, glaube ich, einiges daraus gewonnen heute, was wir definitiv weiter droppen werden. Vielleicht auch bald auf TikTok. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Das wäre ideal für euch. Ja, und an dem Platz möchte ich mich nochmal bedanken, auch bei der Klangfarbe, die uns in der Promotion supported. Und ja, soweit. Wie gesagt, danke nochmal. War cool. Genau, Link zu Julius Stream gibt es dann eh überall. Ah, danke schön. Na, sicher. Und Jörg seinen ersten TikTok, dann sehen wir dann nächste Woche. Hoffentlich. Ich schaue das mal an. Ich warte drauf. Ja, okay. Okay, cool. So, dann einen schönen Tag noch und massiv bleiben. Ich auch. Stay big. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.